Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Den Geruch von Tod, den kriegt man auch mit Seife nicht weg Wenn ich abends heimkomme, ziehe ich mich aus und zähle bis 60 So kann ich diese ganze Scheiße draußen lassen Wir sollen den Typ zum Flugzeug bringen, er wird in drei Stunden abgeschoben Das ist nicht unser Job, warum müssen wir das machen? Werde einem Orangen und Pulli Seien Sie vorsichtig Warum hat man entschieden, ihn auszuweisen, wenn sicher ist, dass er umgelegt wird, sobald er ankommt? Die übertreiben bei den Drohungen, um ihren Flüchtlingsstatus zu kriegen Wie weiß man, dass es ein Flüchtling ist und kein Terrorist? Du würdest einen Mann in den Tod schicken? Ich bin also das Arschloch, ja? Ich befolge Befehle, das ist mein Job, wisst ihr? Er ist nur ein armer Kerl Runter ist! Du hast einfach keine Eier in der Hose Nichts sollte wie du, nein Das reicht jetzt! Ihr geht mir auf den Sack! Niemand ist unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist 20 Dienstjahre mit makelloser Akte Und ihr müsst mich in dieser Scheiße reiten? Sprechslung 1 2 2 2 3 2 4 Untertitelung des ZDF, 2020